Noch mal, Herr Wöller kommt, Sie begleiten ihn zu mir, sprechen mich aber erst an, wenn... Wenn ich nahe genug ran bin, dass Wöller das persönlich vertraulich auf der Mappe lesen kann. Nach drei Minuten... ...unterbreche ich mit einem angeblichen Anruf des Ingenieurbüros Holzabfeld. Worauf ich, Herrn Wöller, bitte, mich kurz zu entschuldigen, weil der Anruf persönlich vertraulich sei und... Wöller kommt gerade aus dem Aufzug. Machen Sie's gut. Danke. Haben Sie, Tacker, geschlossen, falsch schon? Die Mutter erwartet Sie schon. Gerne, gerne. Äh, wie ist sie denn drauf? Ich hoffe gut. Na, ja, dazu möchte ich mich lieber nicht äußern. Aber sie erwartet einen dringenden Anruf und da sie sich leider verspätet haben muss... Ja, wo ist das Problem? Bitte. Entschuldigen Sie, Herr Wöller ist jetzt da. Oh, Herr Wöller. Ja, ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke, grüß Gott, Frau Reuter. Herr Wöller, ich grüße Sie. Einen Kaffee vielleicht? Nein, nein, um Gottes willen, nein, 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 nein. Ich bin nervös genug, weil, ähm, ich hab mir Ihr Angebot noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ah ja. Ja, 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 und es haben sich da gewisse Aspekte aufgetan, die es sinnvoll erscheinen lassen, einen Besitzerwechsel des Klosters vorzunehmen. Mhm. Aha. Und der wäre? Ja, also, äh, in dem pubertären Stand der Verhandlungen möchte ich mich da bedeckt halten, aber mir geht es vornehmlich um Beschaffung von Arbeitsplätzen, um Wiederbelebung der Wirtschaft in diesen Krisenzeiten, nicht wahr? Ja, 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 ich verstehe. Und wie viel ist Ihnen die Immobilie unter diesem Aspekt wert? Ja. Also, ich hab einen neuen Investor aufgetan. Wir könnten 300 drauflegen. Also 800.000. Ach, 800.000. Mhm. Herr Wöller. Äh, vielleicht eine Million? Aber das ist dann Schmerzgrenze. Tut mir leid, Herr Wöller. Sie hätten mein erstes Angebot annehmen sollen. Wie? Inzwischen hat sich ein anderer Interessent gefunden. Ja, wie? Der bereit sein dürfte, in den derzeitigen Marktwert zu investieren. Ja, 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 wir hatten doch schon... Ja, Schwester. Soll ich durchstellen? Nein, nein, ich nehme das Gespräch im Vorzimmer entgegen. Herr Wöller, Sie entschuldigen mich. Ja, 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 natürlich. Es dauert nicht lang. Ja, ja, ja. Ein paar Minuten. Ja, 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 ja. Ich, äh, für ein Telefonat. Ja, sie ist los. Hm, kann man warten. Ja? Goldfund im Klosterbach. 500 Meter von... Da, ja, weht der Wind. Diese Natter. Na, nicht zu fassen. Es hat tatsächlich geklappt. Ja, jetzt kommt gerade Frau Reuter. Ich melde mich dann später nochmal. Bis gleich. Herr Wöller, ich fürchte, wir kommen nicht zueinander. Fürchtet euch nicht. Ich habe gerade mit meinem Partner gesprochen. Er ist bereit zu erhöhen. Nach Rücksprache mit der Bank natürlich. Auf 1,5 Mio. Oder zumindest eine Option auf das Grundstück, bis die Finanzierung steht. Option? Aha. Option. Ja, darüber ließ es sich reden. Sagen wir 100.000? 200.000 minimum. Frau Reuter, das ist Schmerzgrenze. Ich komme Ihnen schon auf halbem Weg entgegen. Na schön. 200.000. Ich freue mich, dass Sie sich eines Besseren besonnen haben. Also dann, gelobt sei Jesus Christus. Bis in Ewigkeit. Und bis demnächst. Und bis demnächst. Danke. Der Herr Dörfler ist nicht da, Schwester. Danke, habe ich bemerkt. Ja. Entschuldigung. 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 Eine Frage. Sie sagten, der Herr Dörfler ist nicht da. Ich wollte aber zu Frau Dörfler. Ja, wissen Sie denn nicht? Die Frau Dörfler ist gestorben. Was? Freitag muss das gewesen sein. Bei der Entbindung. Oh mein Gott. Das ist tragisch, sage ich Ihnen. Und dabei sind Sie erst vor vier Wochen eingezogen. Und jetzt sitzt der arme Mann allein in dem großen Haus. Mit dem Kinderzimmer, das er selbst tapeziert hat. Letzte Woche. Und jetzt? Frau tot und das Kind auch. Das Kind auch? Ja. Das hat der Herr Dörfler Ihnen gesagt. Ja, vorhin. Bevor er zur Beerdigung ist. Sein Chef, der Herr Ramin, der war ja auch da. Bei dem hat er als Elektriker gearbeitet. Und er hat getobt, weil er nicht zur Arbeit erschienen ist. Sein Job ist ja jedenfalls auch los. Beerdigung. Wissen Sie, wo die ist? Nein. Ich wäre mitgegangen. Aber er wollte nicht. Ich kann ja außerdem auch tagsüber schlecht weg. Ich bin Webdesignerin und arbeite zu Hause. Meinen Sie, ich könnte mal Ihr Telefon benutzen? Ja, bitte. Dankeschön. Sicher. Was wollten Sie denn von der Frau Dörfler? Herr Mayer, hier ist Schwester Hanna. Sagen Sie, ich muss dringend wissen, wo eine Beerdigung von einer Frau Dörfler stattfindet. Rathaus Kaltental, Labern? Ach, Sie sind's. Wo sind Sie eigentlich? Der Herr Huber ruft schon alle zehn Minuten hier an und fragt nach Ihnen. Ach, deswegen ist das Handy ständig belegt. Jetzt was ganz anderes. Haben Sie den Schlüssel für das Stadtarchiv für den Kartenschrank? Nein, wieso? Da besorgen Sie sich halt, ja? Und wenn jemand fragen sollte, warum, dann sagen Sie schlicht und einfach, da. Ja, was kommt denn da hingegen? Käsekuchen? Nein, nein, ich... Frau Labern! Und nur, weil Ihr Kerl Sie gestern Abend versetzt hat. Na und? Ist doch sowieso schon... Stopp, Frau Labern! Stopp, stopp! Herr Wöller! Also, irgendwann ist mein Geduldsfaden auch gerissen, ja? Monatelang muss ich Ihre schlechte Laune ertragen und zusehen, wie Sie kiloweise sozusagen vor meinen eigenen Augen verschwinden. Und jetzt, wo Sie Ihre Traumfigur erreicht haben. Ja, sehen Sie, jetzt lassen Sie schon wieder, ja? Da wollen Sie sich einfach hinschmeißen. Frau Labern, sind doch erwachsen. Andere Mütter haben doch auch Söhne, ne? Also, rufen Sie den Huber an. Er soll in den Ochsen kommen in einer halben Stunde. Er soll sein Scheckheft nicht vergessen. Und, äh... Kara? Ah! Ich störe. Nein, 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 gar nicht. Ich werde Sie auch gar nicht lange aufhalten. Wie ich sehe, sind Sie ja überlastet mit Arbeit. Naja, ich hatte Sushi zum Latsch. Mit Seealgensalat. Das Grünzeug, das, das, das bleibt immer so in den Zähnen. Mhm. Bill, nehmen Sie Platz jetzt im Tor. Ach, danke. Danke. Oh. Nett. Ist das Ihre Freundin, Verlobte, Gattin? Das ist Uschi. Ursula, meine Ex-Verlobte, ja. Ich habe das Foto aus Sentimentalitätsgründen hier. Stecken Sie es in den Reis, Wolf. Das hilft. Also, mit anderen Worten, Sie sind frei und ungebunden. Ja. Warum? Und haben am Wochenende noch nichts vor, hoffe ich. Äh, nein. Das heißt, doch am Freitag habe ich zwei Freikarten fürs Theater. Aber, ja, wer hat Angst vor Virginia Woolf, ist dann doch eher deprimierend. Zwei Freikarten fürs Theater, wieso das? Ich meine, die machen doch sowieso nur miese. Naja, als Kulturdezernent der Gemeinde und verantwortlich für die Vergabe der Mittel, da, da, da... Verstehe. Eine Hand wäscht die andere. Verzeihung, so würde ich das nicht formulieren. Jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu, Herr Trektor. Sie gehen am Freitag ins Theater, erstens. Zweitens nicht alleine, sondern mit meiner Frau Labern. Und drittens, laden Sie Sie hinterher zu einem geschmeidigen Getränk in eine lauschige Bar ein. Und den Rest des Wochenendes überlasse ich Ihnen und Ihrer männlichen Fantasie. Und ich rate Ihnen, diese Stunden und Tage für die Dame zu einem unvergessigen Erlebnis zu machen, von dem Frau Labern auch im hohen Alter mit Tränen der Begeisterung in den Augen ihren Enkelkindern vorschwärmen wird. Weil widrigenfalls sehe ich mich gezwungen, Sie wegen privater Körperpflege während der Dienstzeit Begünstigung im Amt, Bestechlichkeit vom Personalausschuss überprüfen zu lassen. Ja, und das ist ja eine ganz unangenehme Abteilung, wie Sie wissen. Die IE steht für die interne Ermittlung. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen oder Einwände? Nein, nein, gar keine. Nur eins spricht wenigstens für Sie. Sie sind schnell vom Begriff. Danke, Herr Herr. Sehe, auf, bitte, Herr. Herr Bürgermeister. Herr Oberbürgermeister. 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 Lassen Sie mich das machen, bitte. Bitte. Herr Dörfle? Sie wissen, warum ich hier bin? Nein, das weiß ich nicht. Erstmal möchte ich Ihnen sagen, wie sehr ich Ihren Schmerz und Ihren Verlust mitempfinden und verstehen kann. Das glaube ich kaum. Aber bitte. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass Sie das Baby, Ihr Baby, bei uns vor die Tür legen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Schwester. Das Kind ist tot. Sie wissen, dass das nicht wahr ist. Für mich ist es tot. Machen Sie damit, was Sie wollen. Was für ein Tag. Sei froh, dass du noch so klein bist und von all dem nichts mitkriegst, nicht wahr, Herr Hundsitz? Und du machst jetzt ein kleines Nickerchen. Felicitas? Ich glaube, ich habe den Vater gefunden. Ich erkläre dir alles später. Komm, wir gehen zum Papa. Und wartet nicht mit dem Essen auf mich. Aber Hanna! Hier ist was los. Gold? Das glaubst du doch selber nicht. Ja, wenn ich es dir sage. Die sitzt auf einer Goldader. Und ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Die Kopie im Klosterarchiv. Und als ich bei ihr war, ruft ein Ingenieurbüro an. Jetzt frage ich dich. Wozu braucht eine Mutteroberin einen Ingenieurbüro? So, für die Herren der Schöpfung. Das war ein Bier. Okay. Wollt ihr auch was essen? Ja. Also ich nehme die Würstel mit Kau. Kann man in so einem Moment ans Essen denken? Nein, Karin, später. Macht ja nicht so einen Aufstand. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und so eine Schönheitsfarm. Ich meine, mit allen Schikanen. Das ist doch wirklich eine gute Investition. Bis dahin fließt doch noch so viel Wasser die Isar runter. Die Gemeinde braucht jetzt Geld. Hast du die Goldpreise gesehen? Also wenn wir da nur ein paar Gramm aus einer Tonne Dreck rausziehen, dann rechnet sich das. Vor allem für dich als Superunternehmer. Hast du dein Checkbuch mit? Ja schon, aber auf dem Konto ist nichts drauf. Außer Außenständen, auf denen ich wahrscheinlich sitzen bleibe. Egal. Wir müssen Zeit gewinnen. Auf goldene Zeiten. Okay. Na ja, Option ist ja schön und gut. Aber was ist, wenn der Check platzt? Der Check geht frühestens Freitag raus, kommt frühestens am Samstag an und kann frühestens am Montag eingelöst werden. Das gibt mir Zeit zu checken, was da dran ist an der Sache. Also, ruhig Blut. Bitte nicht. Das Leben ist kein Wunschkonto. Ja, wem sagst du das? Gut, dass ich Sie treffe, Herr Wöller. Hallo, Herr Huber. Hallo, Schwester. Ich brauche Ihre Hilfe. Was denn sonst? Sie kennen doch sicherlich einen Herrn Ramin. Den, 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 den Elektro-Ramin, ja? Genau den. Wie gut kennen Sie den denn? Ja, sagen Sie bloß, bei Ihnen sind die Sicherungen durchgebrannt, oder? Herr Wöller, bitte. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs. Nein, diesmal streike ich. Muss ich Sie erst daran erinnern, was Sie mir praktisch beim Augenlicht Ihrer Mutter in die Hand versprochen haben? Beim Augenlicht, ja, aber nicht in die Hand. Also, äh... Was wollten Sie bei der Mutter im Mutterhaus? Kaffee trinken? Nein, 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 die hat mich eingeladen. Und ich muss Ihnen sagen, also diese abstruse Forderung von drei Millionen habe ich lächelnd abgelehnt. Stimmt das, Herr Huber? Mhm. Oder hacken Sie beide wieder einen von Ihren großflächigen Bebauungsplänen aus? Ja, wir... Ich fahre, aber in meinem Wagen. Da habe ich doch die ganzen Babysachen drin und das Baby. Baby, ich habe Ihnen schon mal gesagt, unterschätzen Sie das Jugendamt nicht. Steigen Sie ein, ich erkläre Ihnen alles unterwegs. Ciao, Hermann. Da bist du ja. Und ich such dich überall. Was treibst du hier? Und auch noch mit dieser Götzenstatue. Und jetzt ist das Baby weg. Was? Ja. Was sagst du da? Hanna hat es abgeholt. Sie hat den Vater gefunden und bringt es ihm zurück. Und wir sollen mit dem Abendessen nicht auf sie warten. Hast du schon wieder getrunken? Na und? Jetzt, wo hier sowieso alles den Bach runter geht? Also ich gehe jetzt in die Kapelle. Kommst du mit? Ich gehe jetzt in die Zeit. Und jetzt habe ich noch nie mehr. Maria? Hallo? Was habe ich gesagt? Keiner mehr da. Ja, gut, dann eben Plan B. Ja, Moment, Moment. Also, wenn dieser Plan B genauso bescheuert ist wie dieser Plan A, dann steige ich lieber wieder aus. Verstehen Sie nicht? Der Mann ist verzweifelt. Ohne Frau, ohne Job. Ich muss dem eine vernünftige Alternative bieten. Ja, aber ich brauche keinen Elektriker in meinem Betrieb. Ja? Moment, Moment, wo fahren Sie hin? Oh, mein Kleiner. Soll das jetzt der Plan B sein? Ja, das Baby vor die Tür legen, obwohl es der Vater gerade loswerden wollte? Mein Gott, das war doch eine Kurzschlussreaktion. Der weiß doch gar nicht, wie das ist, so ein kleines Wesen auf dem Arm zu haben. Also, da muss ich Sie enttäuschen, ja? Männer sind da anders. Als man mir meinen Sohn in den Arm gelegt hat, dachte ich, oh Gott, das sieht ja aus wie meine Schwiegermutter. Das sieht Ihnen ähnlich. Also, prima. Bis hierher und nicht weit. Herr Wöller! Viel Glück! Schwester! Haben Sie den Herrn Dörfler auf dem Friedhof erwischt? Ja. Sein Baby? Mhm. Er hat es uns im Kloster vor die Tür gelegt. Oh mein Gott. Der arme Mann. Der arme Mann. Aber ohne das Kind ist er noch ärmer dran. Sind Sie vom Jugendamt? Siehst du aus? Nein. Ein Vorschlag zur Güte. Wir gehen jetzt und kommen morgen wieder. Haben Sie vielleicht einen Schlüssel zu der Wohnung? Nein. Wieso? Meine Schwester, Sie können doch nicht einfach in eine wildfremde Wohnung reingehen. Das heißt, warten Sie. Vielleicht noch? Sie machen sich strafbar. Ich meine, Sie kennen nur die zehn Gebote. Tatsächlich. Die Frau Dörfler musste zum Ultraschall und hatte Angst, dass sie die Lieferung von der Waschmaschine verpasst. Sehr gut. Aber was haben Sie denn vor? Ja, vielleicht Plan E oder sind wir schon bei D oder F oder X? Dann nehmen Sie ihn mal. Hallo. Hallo. Ich bin die Miriam. Und wer bist du? Er hat noch keinen Namen. Ein Junge. Wissen Sie, wo das Kinderzimmer ist? Schwester, ich verdünnisiere mich. Ich sitze im Auto. Herr Wöller. Feigling. Kommen Sie. So. Mein Gott. Er sieht aus wie seine Mutter. Wirklich? Ja. Die Augen. Und so um den Mund rum. Kennen Sie seine Mutter gut? Ach, wie man sich halt so kennt, wenn man Wand an Wand wohnt. Geh, Schwarz? Mit ihm, also mit Herrn Dörfler, konnte ich irgendwie besser. Ja. Ich habe ihm geholfen beim Design für seine Renovierung. Schwester? Hier oben. Ja. Jetzt haben Sie den Salat. Ich glaube, der Hausherr kommt. Der läutet bei Ihnen, ja? Schwarzer Anzug, wie von der Beerdigung. Haben Sie die Tür unten zugemacht? Ja, sowieso. Verstecken, hinter der Tür. Aha, Plan Y, bitte. Was machen Sie mit Baby? Ja, komm, komm, komm. Ich mach dich dann. Hier, hier. Hier, hier. Hallo? Hallo, Frau Hartke? Der Schlüssel steckt eben in der Haustür. Ach so. Hallo. 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 Hey, hey, hey. Schhhhh. 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 Hey, ist gut. Hey. Hey, hey. We sind jetzt allein auf der Welt, tun wir. Nein Sind Sie nicht Sie? Was machen Sie hier? Tut mir leid, Herr Dörfler Ich musste es einfach versuchen Schauen Sie ihn doch an Das Kindchen kann noch nichts dafür Und wollen Sie das wirklich? Was Ihre Frau umsonst ihr Leben gegeben hat Für das kleine Wesen da Aber bitte Wenn Sie das nicht verstehen, dann Dann nehme ich ihn eben Darf ich auch mal was dazu sagen? Weil ich bin ja schon Nein, Sie? Ja, warum denn nicht? Ich arbeite doch zu Hause Und ich kann mich doch um ihn kümmern Wenn Sie sich einen neuen Job suchen Geh, Spitzchen Ich glaube, er braucht jetzt wirklich was zu essen Geben Sie es doch zu Das wollen Sie doch nicht wirklich Dass Ihr Kind nicht nur ohne Mutter Sondern auch ohne Vater aufwachsen muss Ja, sehr richtig Und was Ihren Job bei diesem Elektroramin angeht Das kriegen wir auch noch Ach, vergessen Sie Sie kennen den alten Ramin nicht Aber ich? Ja, ich meine Er versucht seit zwei Jahren Mir eine Flutlichtanlage anzudrehen Das heißt nicht mir, sondern KFC Ah ja? Ah ja Ja, ich meine Ich könnte mal bei dem vorbeischauen Ihm die Pistole auf die Brust setzen Und sagen Entweder Flutlichtanlage Oder nicht Und wenn Sie Ihren Charme spielen lassen Und dann, Schwester Sie Ihren Segen dazugeben Mit Katechismus Und Weihwasser Und sowas Das war nur angedacht Ja, wir haben verstanden Ja Na, ist das ein Vorschlag? Also abgemacht? Ja Ja, ähnlich Wie heißt denn der kleine Schreierzeige? Sabine, seine Mutter Wollte ihn immer Wolfgang nennen Wolfgang? Da schau her Ja, ja, du Wolfgang, du Kleiner Ja, aber so heißt der Bürgermeister von dem Kaff Also ich weiß nicht Von dem Kaff? Ich glaube, wir sind jetzt hier überflüssig Kommen Sie Kommen Sie Wo Sie das Geld für diese Flutlichtanlage hernehmen wollen Keine Ahnung Ach, und wenn da nichts wird aus dem Auftrag? Na, meine Schwester Wo leben Sie denn? In Ihrem Himmelbett Bis der Vorstand Diesen Antrag ablehnt Vergehen Wochen Wenn nicht sogar Monate Ja, und bis dahin Spielen die beiden bereits Vati und Mutti Weinen Sie, es wird was aus den beiden? Sie haben doch auch Augen im Kopf, oder? Ich meine, es wird zwar eine Weile dauern Bis sie den Verlust seiner Frau verkraftet hat Aber dann, ich meine, die Kleine ist sehr entzöckend Und wie die das eingefädelt hat Das hat sogar der kleine Wolfgang mitbekommen Und den Ramin, den überlassen Sie mal mir Na gut Ihr Wort im Gottesgehör Ja, so, bitte Oh, danke, danke, danke Aber Könnte es sein, dass Sie mich genauso reinlegen wollen Wie diesen Ramin mit seiner Flutlichtanlage? Ja, wie? Ja, mit dem Kloster Und der Mutter Also, Schwester Ich meine, Sie Würden doch auf sowas nie reinfallen, oder? Nein Groß Wolfgang Bestimmt nicht Ich meine, Sie Ich meine, Sie Ich meine, Sie Ich meine, Sie